Herzlich Willkommen zurück! Es gibt diesmal nur einen winzig kleinen Cityville Part. Und zwar geht es um die Brücke. Ich hab alle Teile gesammelt von meinen Freunden, die mir ordentlich geschickt wurden. Und kann jetzt gleich meine Brücke fertigstellen. Auch wieder mit Cityville Musik am Start. Und du bist nicht on. So, geh auf. So. Und ja, meine Brücke ist fertig. Wuhu! Geil, Mann! Die stellt sich gerade echt geil her. Ich denke, ich hab noch eine Erweiterung bekommen. Meine Brücke sieht etwas scheiße aus. Okay, ich lad mal kurz neu. Bis gleich. Und dadada! Hier ist meine Brücke. Wir haben, glaube ich, noch eine Erweiterung bekommen. Fällen sich erstmal diese drei überflüssigen Bäume, was ein Fehler war. Ah, ich krieg jetzt zu Grund wieder Energie. Das war doch dann kein Fehler. Ich kann dann nämlich jetzt noch von meinem scheiß Einkaufszentrum einsammeln. Ja, ich mag das nicht so. So, hier ist auch irgendwas für Gange. Wir werden reich und Freunde von überall werden uns besuchen kommen. Diese Immobilie ist perfekt für dein erstes Hotel und später ein ganzes Resort. Und das wird ein schöner und geschäftiger Sommer. Oh, komisches Wort. Geschäftiger. Ja, toll. Ganz großes Kino. Auf jeden Fall jetzt erstmal von meinem super Supermarkt einsammeln, wo eine Menge Geld rauskommt. So. Einfach rumklicken hier. Also, ich habe erst 41 Prozent. Was soll denn der Müll? Mein Ding ist so voll ausgebaut. Sammlerstück. Sammle das Sammlerstück ein. Ach, scheiß Maus. So. Natürlich, ich habe keine Waren. Ist auch logisch. Oh, verdammte Scheiße. Du sollst mich davon einsammeln. Ich habe noch Energie, mein Gott. So, jetzt aber. Wir wollen dieses Teil ja schließlich besuchen. Ah, einmal schon diesen Sweatshirtladen. Ich habe noch nichts bekommen. Ich habe zwar schon einmal den Turnschuhladen bekommen, aber was soll's. Ja, da ist er auch. Turnschuhladen und Sweatshirtladen. Habe ich auch mal meine Kneipe, Sportladen und Anzugverleih gebaut. Und diesen scheiß teuren fünf... Hunderttausend Dollar Juwelier. Jetzt kurz ein Geschäft da reinpflanzen. Irgendein Geschäft, was ich überhaupt nicht mag. Welches Geschäft könnt ihr da reinpacken? Und die sind alle so gut platziert. So, ich entscheide mich dann eben für dieses Panini-Dings-Zeugs-Teil da. So, kann ich sie auch gleich mit beliefern. Wie viel brauchst du jetzt? Oh, 1225 Waren habe ich doch. Ne, nicht Spaß. Ja. Hier kommt immer eine geile Menge Geld raus und aus dem Pisa-Turm. Aus den Sehenswürdigkeiten halt. Ja, und jetzt habe ich auch nur noch zwei Quests. Die wären einmal um 12 Flyer bitten und 244 Geschäfte beliefern. Und einmal um 6 Hochzeits-Einladungen bitten. Naja, dann baue ich gleich Pflanzen an. Und dann werde ich Geschäfte beliefern. Das ist meine Brücke, mit der kann man nix machen. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.